Der zweite Punkt, woran wir erkennen, dass ein Gläubiger ein gutes Ende hatte, er hat viel Schweiß auf der Stirn. So heißt es in einer authentischen Überlieferung. Einmal kam Boreida zu einer Person herein, während diese Person dabei war zu sterben. So hat er viel geschwitzt, das heißt seine Stirn war voller Schweiß. Dann sagte Boreida, Allahu Akbar, ich hörte den Gesandten sagen, der Mu'mind stirbt mit Schweiß auf der Stirn. Die Überlieferung, liebe Geschwister, hat Ibn Hajj al-Asqalani und auch al-Dhahabi als authentisch klassifiziert und Sheikh al-Albani. Das heißt, wenn du siehst, dass einer bei seinem Tod viel Schweiß bohrt, auf der Stirn, dann ist das ein gutes Zeichen.